Moin Leute, eine der am meistgestelltesten Fragen im Bereich der E-Scooter, E-Bikes und generell im E-Mobility Bereich ist, wie lange hält eigentlich so ein Akku? Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr kauft euch ein Fahrzeug, womit ihr eine Reichweite von sagen wir mal 60 Kilometern habt, dann habt ihr nach 10 Ladezyklen, wo man sagen kann, der Akku ist optimal eingefahren, alle Elektronen und so weiter finden schön ihren Platz in der Zelle, dann liegt er schon richtig gesehen bei 600 Kilometern. Wenn man dann davon ausgeht, so ein Lithium Akku macht je nachdem wie er den behandelt, auf jeden Fall so um die 1000 Zyklen mit, könnte davon ausgehen, ihr macht schön 60.000 Kilometer mit einem so einem Akku. Jetzt hört man natürlich nirgendwo, hey da ist jemand 60.000 Kilometer mit dem Akku gefahren, der hat immer noch 85% seiner Kapazität gehabt und der konnte immer noch damit fahren, hört man eher seltenerweise und das liegt daran, umso größer der Akku ist, desto mehr dieser kleinen 18650er Zellen müssen da reingebaut werden und die Schwierigkeit ist, die sind alle so miteinander verlötet, dass wenn auch nur eine einzige davon defekt geht, der ganze Akku sofort runtergerockt ist und in der Regel das BMS das Ganze ausschaltet. Wo wir auch gerade beim BMS sind, das ist quasi die Kontrolleinheit des Akkus, die sorgt dafür, dass die Zellen nicht überladen, nicht tiefenentladen werden, bei Kurzschlüssen schützt das und so weiter, da gibt es jede Menge Schutzfunktionen in diesem BMS und da sieht die Sache so aus, dass die meisten so cutting edge over the top laufen, dass sie irgendwann thermische Schäden kriegen oder sonstiges und dann halt irgendwann auch aussteigen. Das kann man natürlich austauschen, ist aber je nach Person relativ schwierig, das selber zu Hause zu machen und das ist natürlich schade, dass die nicht so ein bisschen wartungsfreundlicher sind. Generell bei den Zellen denkt man sich jetzt, hey, wenn da zu schwierig ist, so viele kleine zu verbauen, kann man noch größere verbauen. Bei Lithium-Ionen macht man das aus vielerlei Gründen meist nicht, da gibt es zwar größere Pouchzellen und Co., diese Lipopacks und so weiter, allerdings ist da immer die Schwierigkeit mit der Sicherheit. Deswegen werden 18650er benutzt, die kennen wir seit vielen Jahrzehnten aus Laptops und Co., da weiß man, wie man die sicher produziert und so weiter, die haben auch nochmal einzelne Sicherheitselektroniken drauf. Das ist eine relativ sichere Geschichte, mit Lithium-Ion-Technik heutzutage umzugehen. Jedoch finde ich persönlich, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir Richtung LFP-Akkutechnologie gehen. Da sprechen wir dann nicht von 1000 Ladezyklen, sondern von 3000 bis 4000 Ladezyklen, was das Ganze nochmal krasser macht. Und zusätzlich kann man da riesengroße prismatische Zellen verbauen und diese prismatischen Zellen kann man dann sogar miteinander verschrauben, statt verlöten oder verschweißen. Und da hat man dann den Vorteil, sollte man eine der prismatischen großen Zellen defekt gehen, kann man die einfach austauschen und der ganze Akku ist immer noch funktionsfähig. Das heißt, mit LFP haben wir nicht nur mehr Ladezyklen, eine bessere Lebensfähigkeit, Überlebensfähigkeit des Akkus, sondern wir haben auch noch den Vorteil der Wartungsfreundlichkeit in Zukunft bei Akkus dieser Art. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Deswegen bin ich ein sehr großer Freund der LFP-Technologie. Ich hoffe, ihr auch. Das hat natürlich den Umstand, die Akkus werden ein bisschen schwerer, die Reichweite an sich wird ein bisschen kleiner, aber dafür könnte man direkt irgendwie einen CCS-Ladeport anbauen, sodass ihr an einer beliebigen Autoladesäule kurz anhalten könnt, direkt den Stecker in den E-Scooter rein tanken könnt und das Ding ist in 15 Minuten vollgeladen, wenn ihr es wollt. Denn heutzutage ist es so, dass diese Ladezyklen und Co., die früher relativ schnell runtergerockt sind, wenn man so Akkus schnell aufgeladen sind, ist bei LFP eh nicht so die Geschichte und die modernen LFP-Akkus, die kannst du so krass schnell aufladen, ohne dass das die so stark beeinflusst, dass das auf jeden Fall extrem episch wird für die Zukunft der E-Scooter. Tesla und Co. setzen ja auch mittlerweile alle auf LFP-Technologie, soweit ich weiß. Korrigiert mich da gern, falls ich falsch liege. Die haben natürlich alle ihre eigenen Superzellchemien und weiß nicht, was die da noch so reindrücken. Ihr kennt das ganze Spielchen. Jede Firma hat so ein bisschen seinen eigenen Mix. Aber ich sag mal so, die LFP-Technologie im Bereich der E-Scooter gehört auf jeden Fall die Zukunft. Denn umso weniger Zellen es sind, desto weniger können ausfallen. LFP hat den Vorteil, da brennt nichts weg, da explodiert euch nicht die Hütte oder Sonstiges. Kommt bei Lithium in der Regel auch nicht vor, aber kann passieren. Ist natürlich dann safer, mit LFP umzugehen. Zusätzlich sind sie quasi nahezu unsterblich gesehen im Vergleich zu Lithium-Ion-Technik. Und man muss ganz klar sagen, sie haben den Vorteil, man kann sie super schnell aufladen. Und das ist gerade im Bereich der E-Mobility wichtig. Und ich denke, das ist eine verdammt coole Sache, wenn man mit seinem E-Scooter kurz an der Autoladesäule anhalten könnte, schnell den Stecker reinsteckt, ohne Kupplungsmodule oder Sonstiges. 15 Minuten, das Ding ist so weit voll, dass ich direkt wieder 30, 40 Kilometer fahren kann. Und dann kannst du gefühlt unendlich mit einem E-Scooter fahren, ohne dass du irgendwelche Wechselakkus brauchst oder gigantisch große Akkus, brauchst du ja gar nicht mehr. Wenn du einen Akku hast, der weiß ich nicht, 40, 50 Kilometer weit kommt, 60 würde ich als optimal empfinden. Dann mit Schnellladefunktion, dann kannst du quasi von Ladesäule zu Ladesäule fahren und hast quasi eine gefühlt unendliche Reichweite. Also das würde ich persönlich sehr, sehr feiern. Ich denke, ihr mögt auch LFP-Akku. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, was würdet ihr als die superhorte Akkutechnologie empfinden. Ich weiß, Feststoff-Akkus von Cut, L und Co., das sind alles so hübsche Spielereien. Dauert aber natürlich noch ein paar Jährchen, bis das Ganze so weit in der Entwicklung ist, dass es so marktreif ist, dass es so günstig ist, auch in der Produktion, dass es sich schlussendlich lohnt. Nur ich würde mich wirklich freuen, wenn wirklich gerade in China, wo sehr viel LFP-Technologie produziert wird, wenn das auch endlich mal Einzug erhält in die E-Scooter mit einer vernünftigen Ladegeschwindigkeit, die das Ding in mindestens unter zwei Stunden vollballert, eher angebracht bei LFP und Co. ist in unter einer Stunde. Und dann am besten mit einem Ladegerät, wo ich selber bestimmen kann, will ich nur bis 85% aufladen, weil ich gar nicht die ganze Reichweite brauche. Will ich langsam aufladen, weil ich weiß, ich brauche das Ding erst am nächsten Tag um 15 Uhr. Oder will ich schnell aufladen, weil ich heute schon die Reichweite verballert habe und meine Freunde mir gesagt haben, ja, wir fahren gleich noch eine Tour, willst du mitkommen? Da habe ich keine Lust, den E-Scooter anzuschließen für neun Stunden und dann erst zu fahren. Dann ist das Ganze nämlich vorbei. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, Schnellladen und LFP gehört meiner Meinung nach die Zukunft der E-Scooter. Ich denke, ihr seht das auch so. Falls nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken und Anregungen. Gerne Kanal abonnieren, teilen, liken. Ihr kennt das Spielchen. Und ich sage wie immer an der Stelle, drive long, feel free. Schaut ihr gerne eines der nächsten Videos an. Macht's gut. ich nehme dich zu an. Ich nehme euch das Video an. Ich nehme euch auf, Vielen Dank.